Hallo? Freuen Sie sich nicht auch über die spannenden Zeiten, in denen wir leben? Nicht? Tja, Sie gewöhnen sich besser daran, denn wie ein Nobelpreisträger einst sagte, The Times, they are changing. Also, was ist in den letzten Tagen Lustiges passiert? Zum Beispiel hat Merkels Bulldogger Volker Kauder am 20.11. dieses Jahres einen Gastbeitrag für die Welt verfasst. Darin schreibt er zum Beispiel, Auch in der Politik herrschte lange die fast naive Annahme, der Hass im Netz könnte dadurch neutralisiert werden, dass sich nur genügend Nutzer zur Gegenrede entschließen. Doch das ist ein Irrglaube. Wenn der Holocaust geleugnet wird, wird dies doch nicht dadurch aus der Welt geschafft, dass eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern widerspricht. Zu dem Artikel wird dann auch das folgende Titelbild mitgeliefert. Also meine Antwort darauf ist klar. Hass, solange er nicht konkret zur Gewalt aufruft, ist eine legitime Meinung und muss ausgehalten werden. Holocaust-Leugnung sollte legal sein, Volksverhetzung ebenso. Und bevor jetzt sofort irgendwer die schwarzen Helikopter losschickt, Ich habe keinerlei Zweifel an der Realität des Holocausts. Das Ganze ist gut dokumentiert durch Zeitzeugen, Originaldokumente, Fotografien und nicht zuletzt dadurch, dass die meisten Holocaust-Leugner politisch so neutral sind, wie dieser Gentleman mit der blank polierten Murmel hier. Und da fragen mich die Leute, ab wann man zu weit rechts steht. Ich würde sagen, wenn man seinen Hinterkopf als Sonnenuhr verwenden kann, ist es vielleicht mal ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Aber das nur so als Gedanke am Rande. Zurück zum Wesentlichen. Fangen wir mal mit den Holocaust-Leugnern an. Warum sollten diese Leute nicht kriminalisiert werden? Nun, Konrad Jarrausch, der ehemalige Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, meint dazu folgendes. In der direkten Nachkriegszeit gab es noch viele frühere Nazis in der Gesellschaft. Dass man damals Sorgen hatte, der Nationalsozialismus könne nochmal kommen, ist sehr verständlich. Aber wir haben jetzt sechs Jahrzehnte danach und der Nationalsozialismus ist nicht mehr Gegenwart, sondern er ist Geschichte. Wir sind nicht in Zeiten der Inquisition. Wenn Leute behaupten, die Erde sei flach, dann werden sie auch nicht verbrannt. Und am Thema Holocaust selbst stört ihn, dass dieser metahistorisiert würde. So meint er, man nimmt ihn aus der Geschichte heraus, er wird philosophisch und theologisch behandelt, um eine gegenwärtige Moral zu begründen. Und dadurch wird Holocaust-Leugnung so etwas wie eine Gottes-Leugnung. In ähnlich kritischer Weise äußern sich dann auch zwei Vertreter des Historikerstreits. Ernst Nollte auf der einen Seite, der es nicht im Aufgabenbereich von Parlament und Justiz sieht, geschichtliche Wahrheiten zu definieren, und Eberhard Jäckel auf der anderen, der den Bürgern ein Recht auf Irrtum zugestehen will. So sind dann auch die beiden ehemaligen Verfassungsrichter Winfried Hassemer und Wolfgang Riem gegen den Straftatbestand, da hiermit falsche Meinungen unter Strafe gestellt würden, und folglich solle es die Demokratie unterlassen, durch Repressionen Märtyrer zu schaffen, womit auf die geschichtsrevisionistische Szene verwiesen wird. Das vielleicht eloquenteste Argument, das ich Ihnen hier präsentieren möchte, stammt von Christopher Hitchens und lautet wie folgt. Wenn eine einzige Person aufsteht und meint, ich bin mir nicht mal sicher, ob die Sache mit dem Holocaust überhaupt wahr ist. Eigentlich bin ich sogar recht überzeugt davon, dass der nie stattgefunden hat. In der Tat frage ich mich, ob die einzige Sache, die passiert ist, die ist, dass die Juden ein wenig Gewalt gegen sich provoziert haben. Diese Person hat nicht nur ein Recht, so zu sprechen. Der Redefreiheit dieser Person muss ein besonderer Schutz gewährt werden. Denn was sie zu sagen hat, muss ja einiges an geistiger Arbeit abverlangt haben und enthält vielleicht ein Körnchen historischer Wahrheit. In jedem Fall gibt diese Aussage den Zuhörern einen Grund, darüber nachzudenken, warum sie sich der Dinge, die sie für wahr halten, so sicher sind. Woher weiß ich, dass das alles wahr ist, abgesehen von der Tatsache, dass man es mir so beigebracht hat und ich nie etwas anderes gehört habe. Auf der anderen Seite gibt es bei den Befürwortern des Verbots laut einem Artikel auf Netz-gegen-nazis.de folgende zu beschützende Rechtsgüter, die ins Feld geführt werden. Der öffentliche Friede, die Menschenwürde, die Ehre, die historische Wahrheit bzw. die Erinnerung an diese. Entsprechend der ersten drei Punkte lautet dann auch der Gesetzestext, § 130 des Strafgesetzbuches. Strafbar macht sich, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, erstens zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert, oder zweitens die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet. Es sei dabei erwähnt, ich habe keinerlei Einwand gegen den Schutz vor Gewalt oder Willkür. Es wird außerdem bestraft, wer den unter der Herrschaft der Nationalsozialisten begangenen Völkermord in einer Art und Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. Außerdem wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. Das Hauptproblem, das ich nun mit allen drei Absätzen habe, ist die riesige Rechtsunsicherheit, die damit geschaffen wird und die meiner Meinung nach in diesem Land spürbar zur Selbstzensur führt. Aber mal ein paar Beispiele. Diese Türken, von denen kommt nichts Gutes, von denen sollte man sich wirklich besser fernhalten. Habe ich jetzt Teile der Bevölkerung in einer die Menschenwürde angreifenden Weise beschimpft? Die Konzentrationslager waren auch nicht schlimmer als die Gulags oder andere Lager. Die Nazi-Herrschaft sollte als eine historische Periode wie jeder andere auch behandelt werden. Hätte ich damit dann den Völkermord verharmlost? Oder kann ich ein solches Bild malen und ausstellen, ohne mich der Verherrlichung des Nationalsozialismus schuldig zu machen? Die Deutschen sind ein mieses Tätervolk. Deutschland verrecke. Hat man jetzt nicht Teile der Bevölkerung böswürdig verächtlich gemacht? Und was ist mit Kritik am Straftatbestand der Verharmlosung der NS-Herrschaft? Ist das selbst auch schon Verharmlosung? Denn ich hoffe wirklich, dass dem nicht so ist. Und bitte denken Sie daran, dass es bei Selbstzensur nicht darum geht, wie ein Richter das Gesetz am Ende interpretiert, sondern wie Sie selbst ohne juristische Ausbildung das Gesetz im Alltag verstehen. Welch groteske Blüten die ganze Schwammigkeit allerdings selbst in Gerichtssälen erzeugt, zeigt ein Fall beschrieben in der Süddeutschen. Dort hatte ein Neonazi in einer Kneipe angefangen, gegen Juden zu agitieren und Propagandaschriften an den Wirt weitergegeben. Der BGH spricht den Angeklagten in letzter Instanz frei, da er die Holocaust-Leugnung lediglich als Teil eines einleitenden Begründungsversuchs benutzt habe, um die fehlende Kriegsschuld Deutschlands darzulegen. Und außerdem habe der Neonazi auch gar nichts im Rechtssinne weitergegeben, weil er nicht habe wissen können, ob der Wirt die Schriften nicht vielleicht doch wegwirft. Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass dieser Paragraf durch seine mangelnde Präzision die Meinungsfreiheit in nicht akzeptabler Weise beschneidet und damit abgeschafft gehört. Wo sollte also die Grenze freier Meinungsäußerung verlaufen? Meiner Ansicht nach sicherlich bei Gewalt und deren Androhung auf der einen Seite und Beleidigung auf der anderen. Das Problem bei Beleidigungen ist nun aber zweifach. Erstens, wer kann Gegenstand der Beleidigung sein? Und zweitens, was stellt alles eine Beleidigung dar? Zu Punkt 1, wer kann beleidigt werden? Laut aktuellem deutschen Gesetz, alle lebenden Personen und alle Personen-Kollektive, die eine rechtlich anerkannte Funktion erfüllen, einen einheitlichen Willen bilden oder ganz allgemein ein Personenkreis von überschaubarer Größe, in dem sich Individuen persönlich angesprochen fühlen können. Und erneut habe ich keine Ahnung, was das heißt. Aber hier ein paar Beispiele aus der Rechtsprechung, um Licht ins Dunkel zu bringen. Die Polizei ist nicht beleidigungsfähig. Die Angehörigen der GSG 9 schon. Das jüdische Volk ist nicht beleidigungsfähig. Die deutschen Juden schon. Alle im Dienst befindlichen Soldaten sind beleidigungsfähig. Der Satz, Soldaten sind Mörder, stellt aber keine Beleidigung dar. Es sei denn, er richtet sich in eine konkrete Gruppe von Soldaten, mit dem Vorsatz, sie zu beleidigen. Ja, ja, das war jetzt wirklich sehr hilfreich. Und auch hier wird der Selbstzensur wieder Vorschub geleistet durch Regeln, die kein Mensch eindeutig verstehen kann. Mein Vorschlag wäre folgender. Beleidigt werden kann immer nur ein Individuum. Und dies soll nur dann rechtliche Geltung haben, wenn dieses Individuum in der Beleidigung auch identifizierbar ist. Demnach kann beleidigt werden, jede lebende Person und jede Personengruppe bei der durch Herausnahme des beleidigten Individuums der Sinn und Umfang der Beleidigung maßgeblich verändert wird. Wenn ich nun zum Beispiel das jüdische Volk oder die deutschen Juden beleidige und dann ein Individuum aus dieser Gruppe entferne, macht meine Aussage immer noch den gleichen Sinn. Gleiches gilt für die GSG 9, aktive Soldaten und so weiter. Dies alles wären also keine Beleidigungen. Wenn ich allerdings die Polizisten, die mich gestern angehalten haben, beleidige und aus deren Gruppe ein Individuum entferne, haben wir es mit einer wahrnehmbaren Veränderung zu tun. Mein Zeugenbericht zum Beispiel würde sich ändern. Diese Gruppe wäre also beleidigungsfähig. Natürlich gibt es auch hier wieder Grauzonen. Doch hätten wir ein praktisches Instrument an der Hand, mit dem wir überprüfen könnten, ob wirklich ein konkretes Individuum zu Schaden gekommen ist. Bei der Frage, was alles eine Beleidigung darstellt, würde ich dem Richter einfach auferlegen, dass er begründen muss, wieso die konkrete Beleidigung im situativen Kontext die Würde eines Menschen in erheblichem Maße herabsetzt und inwiefern sich die Äußerung vom alltäglichen Sprachgebrauch deutlich abhebt. Im Gegensatz zur jetzigen Gesetzgebung wären dann Vollidiot, Depp und Armleuchter im Allgemeinen keine Beleidigungen mehr und müssten ausgehalten werden. Untermenschenfotze und dreckiger Parasit hingegen nicht. Meine abschließende Forderung wäre, dass jedes Gesetz, das die verfassungsmäßigen Grundrechte einschränkt, in einer Weise formuliert werden muss, die es auch Menschen ohne juristische Vorbildung möglich macht, zuverlässig zu entscheiden, ob eine Gesetzesübertretung vorliegt oder nicht. Nachdem ich nun versucht habe, deutlich zu machen, warum unverständliche und unpräzise Gesetze in Bezug auf Meinungsfreiheit so gefährlich sind und wie man die Lage vielleicht verbessern könnte, kommen wir noch einmal zurück zu NetzgegenNazis.de und Volker Kauder. Denn während das Netz im letzten Absatz seines Artikels fettgedruckt die folgende Aussage tätigt, Gerade weil sich Meinungen nur auf wahren Tatsachen bilden können, scheiden unwahre Tatsachenbehauptungen aus dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit aus. Legt des Volkes Volker noch einen drauf und meint, Wir müssen weiter diskutieren, ob die Betreiber der Plattformen nicht mehr tun müssen, um das Netz nicht nur von rechtswidrigen Inhalten freizuhalten, sondern von Lügen generell, gerade in der politischen Debatte. Nach den Erfahrungen im US-Wahlkampf sind dort offenbar einige Facebook-Mitarbeiter selbst aktiv geworden. Man kann ihnen nur zurufen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Mein lieber Mann, das ist nichts anderes als die Forderung nach staatlich regulierter Wahrheit und damit nach einer Institution, die keinen anderen Namen verdient, als Wahrheitsministerium. Volker Kauder scheint ein Kind des Jahres 1984 zu sein. Und vielleicht sollte es einigen Wählern der CDU zu denken geben, dass dieser Mann bereits seit mehr als 10 Jahren Fraktionschef ist. Aber das ist deren Sache. Ich möchte sie mit einer Frage verlassen. Wenn die Demokratie, also die Herrschaft des Volkes, dadurch gefährdet wird, dass die Mitglieder des Volkes offen aussprechen, was sie denken, was ist diese Staatsform dann wert? Die Demokratie, auch die Herrschaft des Volkes,